Hi, ich bin Matthias und bei Onventis verantwortlich für Produkte und Innovationen. Onventis bietet das Buyer Supplier Network für alle Marktteilnehmer, Branchen, Güter und Dienstleistungen. Wir sind Technologieanbieter für die intelligente Vernetzung von Einkäufern und Lieferanten und stellen das Onventis Cloud Procurement Network für Kunden- und Lieferantenbeziehungen bereit. Die Marktteilnehmer bestimmen dabei selbst, mit wem sie sich vernetzen und mit wem nicht. Ziel ist dabei, eine möglichst breite Basis von Herstellern und Händlern auf einer Plattform zu verbinden, um so möglichst viele Kunden und Lieferanten miteinander zu vernetzen. Die Onventis-Lösungen für den Einkauf decken sowohl den strategischen als auch operativen Beschaffungsprozess ab und sorgen dabei für einen durchgängig digitalisierten und elektronischen Einkauf. Onventis Buyer unterstützt den Einkauf dabei, den Unternehmenserfolg zu steigern, indem Produktkosten eingespart und Prozesskosten optimiert werden. Den Hauptanwendungsfall bildet dabei für Hunderttausende von Anwendern das Bestellen von Produkten. Und genau den schauen wir uns jetzt genauer an. Zunächst steigen wir über das Dashboard in Onventis Buyer ein. Über die zentrale Suche erreichen wir alle Bereiche, in unserem Fall die Produktsuche. Wir suchen uns einen MacBook und bekommen sogar Vorschläge zu passenden Kategorien geliefert. Im Ergebnis suchen wir uns nun das passende heraus und legen es in den Warenkorb. Über das Warenkorb Widget können wir nun unseren MacBook direkt bestellen. Damit ist der Beschaffungsprozess für den Bedarfsträger zunächst einmal abgeschlossen. Sind nun optimalerweise im Hintergrund, zum Beispiel alle Genehmigungsprozesse durchlaufen, wird die Bestellung direkt an den Lieferanten geschickt. Onventis Supplier hilft dem Lieferanten dabei, Kunden zu gewinnen und Umsatzchancen zu steigern. Diese Vernetzung lässt so eine zukunftsfähige Plattformökonomie entstehen. So dient im Onventis Supplier Portal ein Lieferantenkonto dazu, die Bestellprozesse sämtlicher Kunden zu verwalten. Das reduziert die Aufwände in den Geschäftsprozessen mit bestehenden Kunden und bietet so neue Marktschancen, zum Beispiel durch ein Lieferantenprofil im Onventis Network. Zunächst sehen wir hier eine Übersicht aller Aufgaben bei allen verknüpften Kunden. Unsere Bestellung von eben ist genau einer von 91 Aufträgen insgesamt, die für die Stuttgarter GmbH zu bearbeiten sind. Hier im Dashboard erhalten also die Lieferanten eine zentrale Übersicht aller To-Dos sämtlicher ihrer Kunden im Onventis Cloud Procurement Network. Für den Fall, dass ein Lieferant sich weiter promoten möchte, um sich für weitere potenzielle Kunden zu empfehlen, gibt es ein Lieferantenprofil, welches ebenfalls im Network publiziert und damit von Hunderten von Einkaufsorganisationen gefunden werden kann. Seit der Gründung im Jahr 2000 spezialisiert sich Onventis mit seinen modularen E-Procurement-Lösungen auf ganzheitliche Einkaufsprozesse. Weltweit wickeln über 350.000 Anwender ca. 5,5 Milliarden Euro an Einkaufsvolumen über das Onventis Cloud Procurement Network ab. Rund 550 Einkaufsorganisationen verbinden sich mit über 35.000 Lieferanten weltweit in 153 Ländern und 14 Sprachen. Onventis vernetzt B2B-Geschäftsprozesse von Einkäufern und Lieferanten. Connecting Buyer and Supplier.